Und wenn das Lied los geht, läuft er... Los! Der Klischee-Manager, du wirst viel tun. Mit den beiden von mir. Willst du ihm etwas sagen? Ja, ist geil. Wenn du ihn nicht siehst, dann verstehst du es. Business Casual mit Sonnenbräuen. Wir definieren unsere Szenen und schreiben für das alle Nummern an Boden, damit die Leute genau wissen, wo sie anfangen müssen. Das ist ein richtiges, geiles Gefühl. Und was? Wenn du eine echte Song hörst. Für so ein Video. Ich meine, hey, da kommen 70 Leute. Juhu! Das ist meine Geschichte und auch meine... Hallo, oder? Ja, oder? Schön machen. Danke. Ja, super. Nimm beide in die Hand. Ich wurde gleich... Oder? Du nimmst hier die Briefe und schießt. Das ist ein Räbis-Diater. Ja, das sind alles Rechnungen, die nicht zahlt sind. Hier in der Mitte müsst ihr einen Gast sein, damit ein Trommi durchlaufen kann und ihn holen kann. Mich kann später schnell hochstehen. Video 3 von Michi und Lukas. Ich weiß nicht, dass es läuft. Wir sind in der Mitte drinnen. Das Fazit von heute ist, ich bin mega happy, es sind alle gekommen. Es sind so viele Leute, die gekommen sind. Es wird so cool. Es hatten alle Spass, alle Party. Und das wird man in diesem Video sehen. Das Wetter war perfekt. Ich bin so erleichtert, dass jetzt alles so gut geklappt hat. Richtig cool. Ja, heute weiss ich. Heute weiss ich, das ist gut so. Bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.